Tja, die Frage aller Fragen, wenn man so möchte, klingt so einfach, ist aber komplex zu beantworten. Ein Richter am obersten Gerichtshof hat mal viel zitiert gesagt, I know it when I see it, also wenn ich es sehe, dann weiß ich, dass es Pornografie ist. Das ist natürlich sehr subjektiv und unpräzise, aber es ist auch was dran, denn wir alle haben eigentlich ein ziemlich starkes, spontanes Gefühl dazu, ob etwas pornografisch ist, nur dass wir natürlich die Grenze, sei es zur Erotik oder zur Kunst, nicht unbedingt alle an der gleichen Stelle ziehen. Auch über die Zeit hinweg oder über Gesellschaften hinweg kann sich das verändern, was nochmal ganz besonders deutlich macht, dass Pornografie ein kulturelles Konstrukt ist. Also nichts ist in sich pornografisch, sondern wir machen es dazu, indem wir es so benennen. Wären wir nicht irgendwann im 19. Jahrhundert auf die Idee gekommen, dass Bilder von Sex vermeintlich gefährlich sind, versteckt werden müssen, dann wäre auch gar nicht das Bedürfnis aufgekommen, diese so klar zu definieren und abzugrenzen. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns mit dieser Sonderstellung, in der wir immer noch verharren, der wir der Pornografie gegeben haben, nicht unbedingt einen Gefallen getan haben. Wir haben das sehr abgespalten von anderen Medien, vom Alltag, von allem Möglichen. Das ist so eine ewige Sonderkategorie, sei das jetzt juristisch oder eben auch gesellschaftlich, individuell. Und ich glaube, das zieht einige Nachteile mit sich. Also ich würde mir wünschen, dass wir Pornos mehr wie andere Medien behandeln, dass so wie Komödien uns zum Lachen bringen möchten, so wie Horrorfilme uns gruseln möchten, wir verstehen, dass Pornos uns eben erregen möchten, dass sie damit also eines der Körpergenres sind und wir es als solches bewerten und betrachten können. Das heißt auch daran messen. Also für mich ist die wichtigste Eigenschaft von Porno, es ist ein Medium, das erregen will. Und erst wenn wir in dieser Erregung auch einen gewissen Wert sehen, können wir anfangen, unseren Blick auf Pornografie auch zu verändern.